Herzlich willkommen zur Community-Nursing-Videoclip-Reihe. Das Community-Nursing-Netzwerk Burgenland erstellt diese Videos in Kooperation mit der Fachhochschule Burgenland. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dagen Buschenreiter. Ich bin freiberufliche, diplomierte Gesundheit- und Krankenpflegerin, Lehrerin für Gesundheit und Krankenpfleger und Gesundheitsbeauftragte für Schulen. Im Projekt Community-Nursing Österreich arbeite ich als Projektleitung und Community-Nurs in der Pilotregion der Gemeinde Forchtenstein. Unsere Gemeinde ist Netzwerk im Community-Nursing Burgenland. Das Community-Nursing-Netzwerk Burgenland besteht aus sechs Pilotregionen und Forchtenstein ist eine davon. In der Gemeinde Forchtenstein ist unser Projekttitel Aufeinanderschauen – Community-Nursing in Forchtenstein. In den sechs burgenländischen Pilotregionen arbeiten insgesamt neun Community-Nurses. In der Pilotregion Forchtenstein arbeiten wir, meine Kollegin Nadja Fenz und ich, Dagmar Buschenreiter, freiberuflich als Community-Nurses bzw. ich zusätzlich als Projektleitung. Ein Teilbereich der Tätigkeiten und Aufgaben einer Community-Nurs werden wir in diesem Video vorstellen. In der Gesundheit und Krankenpflege orientieren wir uns an den menschlichen Bedürfnissen, die unsere Aktivitäten in unserem täglichen Leben prägen. Als Community-Nurses liegen unsere Schwerpunkte in der Gesundheitsförderung und Prävention. Jedes Monat werden wir Community-Nurses Ihnen einen Einblick in unsere tägliche Arbeit anhand dieser Lebensaktivitäten näherbringen. Im heutigen Videoclip stelle ich Ihnen die Lebensaktivität Kommunikation bzw. Kommunizieren können vor. Als Community-Nurses ist uns bewusst, dass die Kommunikation durch die Beziehungen geprägt ist. Ebenfalls spielt die Bewusstseinslage, die Orientierung und das Konzentrations- und Erinnerungsvermögen eine Rolle. Unsere Aufgaben und Tätigkeiten als Community-Nurses sind auf individueller Ebene und auf Gemeindeebene. Auf individueller Ebene, also im direkten Kontakt mit den Menschen, nimmt das Kommunizieren einen großen Stellenwert in der Beratung ein. Das Zuhören, der Austausch von Informationen, die Mimik, die Gestik, die Körperhaltung ist ein wichtiges Element im Beziehungsaufbau. Kommunikation direkt mit den Klienten passiert wertfrei und wertschätzend. In einem Erstgespräch, welches in der wöchentlichen Gesundheitssprechstunde, in präventiven Hausbesuchen oder in Beratungsgesprächen stattfindet, erheben wir die Ressourcen und Fähigkeiten im Bereich der Kommunikation. Ebenfalls bestehende Probleme werden erkannt und es werden gezielte Maßnahmen gesetzt. Im Rahmen der Lebensaktivität Kommunikation wurden und werden in allen Pilotregionen auf Gemeindeebene gesundheitsförderliche Maßnahmen geplant. Vorträge wie Informationsveranstaltungen zum Thema Demenz und Validation. Aktivitäten, wo die Kommunikation eine große Rolle spielt, wie zum Beispiel monatliche Communities, Plaudercafés oder Worldcafés, wo die Menschen im Ort zusammenkommen können, um sich auszutauschen. Weiters wiederkehrende Klimaabende oder Gesundheitsnachmittage zur körperlichen und geistigen Fitness. Auch Faschingsgrenzchen für Senioren, wo die Kommunikation ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Auch wir als Community Nurses kommunizieren immer wieder in unserer Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzungsarbeit. Wir vernetzen uns mit regionalen und kommunalen Gesundheitsanbietern und Organisationen. Wir vernetzen uns mit bestehenden Projekten in den Gemeinden, wie zum Beispiel das gesunde Dorf. Und auch wir alle aus allen Pilotregionen im Burgenland, Community Nurses und Projektleiterinnen tauschen sich in unseren monatlichen Treffen aus, um unsere Arbeit laufend zu verbessern. Wenn Sie genaueres über unsere Tätigkeiten als Community Nurses oder Projektleiterinnen wissen möchten, dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Sie finden die Kontaktdaten in der jeweiligen Pilotregion auf den Gemeinde-Homepages. Bleiben Sie gespannt. In unserem nächsten Video wird ein weiterer Einblick in die Aufgaben als Community Nurse hinsichtlich einer weiteren Lebensaktivität vorgestellt. Bleiben Sie informiert. Ihre Community Nurses aus dem Burgenland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017